Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Mittwochabend in Dierhagen im Kreis Vorpommern-Rügen gekommen. Auf der Bederstraße L21 Höhe Schwedenschanze waren ein Auto und ein Fußgänger kollidiert. Für den 35-jährigen Mann, der die Fahrbahn überquerte, kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 17.40 Uhr ereignet. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der angetrunkene Fußgänger mit seinem Hund auf einer Gassirunde entlang der Straße unterwegs und überquerte plötzlich die Fahrbahn. Ein in Richtung Glockenhagen fahrender 58-jähriger Urlauber konnte mit seinem Audi in der Dunkelheit nicht mehr ausweichen und erfasste den 35-Jährigen mit der vorderen linken Seite seines Autos. Dieser schleuderte daraufhin in einen Graben. Sofort verständigte Rettungskräfte trafen wenig später am Unglücksort ein. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb der 35-Jährige, dessen Identität die Polizei zunächst nicht feststellen konnte. Der mitgeführte Hund blieb unverletzt. Eine zufällig am Unglücksort anwesende Tierärztin und andere Passanten kümmerten sich liebevoll um den Vierbeiner und brachten diesen in den naheliegenden heimischen Zwinger zurück. In den laufenden polizeilichen Ermittlungen müssen nun die genauen Hintergründe des Unfalls aufgeklärt werden. Die L21 blieb mehrere Stunden gesperrt. Unter anderem kam ein Sachverständiger, der DEKRA, zum Einsatz.